Dieses zu erwerbende gut gepflegte 8 Zimmer Einfamilienhaus liegt in Hunsdorf. Das im Jahr 1998 erbaute Gebäude verfügt über 3 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über 6 Parkplätze. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 622 m2 weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 240 m2 auf. Das Gebäude steht für 375.000 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.